Da ist der Rote hier. Oh, Gottchen. Wie kam es denn dazu hier? Oh, wow, wow. Hallo und herzlich willkommen. Es ist 12 Uhr. Professor Fox zockt jetzt wieder Flatout 2. Hier auf Professors Anti-Relax-Sonntag für euch. Speedway Special. Und da habe ich gedacht, wir nehmen einfach den Crusader mal. Ein kleines Rennen. Und ab geht er hier. Die brutale Vernichtung. Also diese Strecke habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Die habe ich jetzt einfach ein bisschen angeloppt. Oh, die beholen mich ja alle. Hey, da ist einer weg. Einer. Da war nur ganz kurz im Bild zu sehen hier. Was passiert hier vorne? Jawohl, hier passiert was. Wo kommt das ganze Nitro her hier? Hier ist es automatisch oder was? Oh, da war ein kleiner Fiesta im Weg. Super. Super. Jetzt hat er es wieder ein bisschen zurückgeworfen hier. Ja, ist ja krass hier. Kriegen wir ja als gratis Nitro. Warum ist das eigentlich so? Nur weil es eine Special-Strecke ist oder was? Oh, da ist ein Opfer. Ah, ich sehe, dich erwischt. Haha, so ein Schrott hier. Oh, der Fiesta ist hinter mir. Guck mal, da hinten fährt er. Der kurft da rum hier. Jetzt müssen wir uns die gelben davon holen. Die gelben müssen wir noch hier. Platz 5 hier, das gibt es so gar nicht. Oh, jawohl, dem haben wir es gezeigt hier. Da, super. Wir hätten mal auch unseren, ähm, wie heißt der Rote Nummer, der schnelle Rennwagen da? Der schnellste eigentlich. Wir hätten mal hier schön nehmen können. Boah, voll der Drift hier. Das war jetzt nicht ganz so gekonnt, aber... Hauptsache, Spaß dabei gehabt. Hehehe. Ey, macht euch mal hier weg. Ich will das Rennen gewinnen. Hallo? Habt ihr das gehört hier oder was? Gleich klatschst du aber wirklich, du. Hahaha. Die haben es gezeigt, du. Eieiei, letzte Runde. Letzte Runde, letzte Runde. Oh, der hat, glaube ich, Power hier. Der hat, glaube ich, Power hier. Ich weiß nicht. Aber... Ich glaube, wir lassen ihn hinter uns, ne? Da muss ich auch noch alles nach hinten gucken. Da werde ich total nervös. Hohohoho. Jawoll, hier. Fantastisch. Wir springen sofort ins nächste Rennen hier. So. Gas Station. Ja, die können wir mal nehmen. Und dazu nehmen wir jetzt hier mal... Hab ich mir gedacht, hier, diesen schönen Chili Pepper hier. Guck mal hier. Wir fahren selbst Fiesta heute. Unglaublich, hä? Ich weiß ja nicht, also ich hab den nicht so oft gefahren. Aber so richtig überzeugen tut mich das Auto nicht, weil... Oh, ja, schöne Räder hier. Guck mal hier. Oh, Erdbeben hier. Der Professor war nicht dabei hier. Der sammelt erst noch ein bisschen Nitro ein. Und ab geht er hier. Er ist aber auch schwer zu steuern irgendwie. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Konkurrent von mir. Da ist der Rote hier. Oh. Gottchen. Alles gut, alles gut. Ich sitze ja noch drin. Ach, du Scheiße. Also, da möchte ich jetzt gerne die Wiederholung mal sehen. Mit euch zusammen hier. Wir spulen mal ein bisschen bis zu der Stelle. Wie konnte denn das passieren? Das Rennen war ja schneller zu Ende, als du Professor Fox sagen konntest hier. Wie kam es denn dazu hier? Oh, wow, wow. Ja, da war plötzlich alles zu Ende. Guck mal hier. Also, irgendwie... Ich glaube, die haben was gegen mich. Nee, aber wir werden das trotzdem nochmal fahren. Wir fahren nochmal die Gas Station. Wir nehmen mal hier mal deinen anderen Chili hier. So zum Vergleich, wie das schrottige Modell sich so fährt. Erstmal hier weg. Erstmal hier weg. Brutal hier. Erstmal alles zerlegen hier. Achtung. Aufpassen. Hier. Achtung. Achtung. Guck mal hier. Das ganze Dach stürzt ein hier. Nicht erwischt. Oh nein. Gerade der Dicke hier. Da, Tankstelle. Wunderbar hier. Aber dieses Auto ist irgendwie nicht so ganz meins. Ich mag diese kleinen Dinger nicht. Ich mag eigentlich richtig große. Große sind mir lieber hier. Ja. Katie, da kannst du schreien hier. Hilft alles nix. So, yeah. Weiter geht's hier. Weiter geht's hier. Oh, guck mal hier. So ein paar sind jetzt schon weg. Oh. Die krieg ich auch noch. Die brutale Vernichtungstechnik hier. Oh. Hab ich leider im Moment nicht aufgepasst. Das ist da unten davon. Da schlagen Flammen aus dem Heck. Und irgendwie haben wir ein Rad ab. Schon wieder hier. Wir haben ein Rad ab. Ja, hallo. Jetzt macht doch hier nicht so den Mogo. Oh. Schade, das war's. Aber wir können ja mal hier so... Vielleicht, keine Ahnung. Wir fahren einfach nochmal hier. Jetzt hab ich eine schöne Idee. Warte mal. Wir fahren nochmal hier mein Lieblingsevent. Einfach nochmal rückwärts. Und zwar mit dem Sparrowhawk. Genau. Den meinte ich eben eigentlich. Auf geraden Strecken kann man den wunderbar fahren. Lassen wir hier schön durch die Mitte. Müssen wir alles abräumen hier. Genau. Oh. Wunderbar. Nitro gesammelt hier. Da kommen sie schon. Oh Mann. Das hat jetzt keiner gesehen, oder? Oh, oh, oh. Aber wir haben hier noch ein Versuch. Wir streuen das Feld mal ein bisschen auseinander. Oh. Jawoll. Ich hab den Fiesta wieder gefunden. So. Ups. Schön umwärts ausparken. Wo sind sie denn alle? Tü, 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 tü. Jawoll. So geht das. So fährt mein Auto heute. So. Wir einsteigen. Was sind hier die ganzen Leute? Ah, unzerstörbares Auto hier. Oh. Oh. Ah. Das ist ja unglaublich hier. Komm her, komm her, ja. Aber ich dachte, der ist schon ein bisschen bedient. Irgendwas stimmt mit dem Auto schon nicht. Oh mein Gott. Alles in Brocken hier. Ist ja alles kaputt hier. Da ist er wieder. Ah, super hier, glaube ich. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ja, schöne Fiesta-Ramponieren hier. Okay. Das soll es erst mal gewesen sein, liebe Freunde hier. Freunde des gemütlichen Autofahrens am Sonntag. Ich bin gerade irgendwie von dem Spiel ein bisschen gefesselt. Aber wir werden das Spiel nicht mehr, dieses Rennen jetzt hier nicht mehr gewinnen. Das ist doch klar. Wir haben hier so ein kleines bisschen den Faden verloren. Wir wissen nicht mehr genau, wo wir hier sind. Aber ist auch kein Problem hier. Einfach draufhalten. Ah, jetzt ist das Auto leider ein bisschen kaputt. Ach, jetzt können wir noch ganz kaputt fahren. Warum sollen wir denn auch ein Auto verschwenden hier? Ah, die Lenkung ist leicht gehemmt. Das ist wahrscheinlich da dran, dass wir links vorne auf der Bremsscheibe schon fahren. Ah, so ein kleines bisschen. Oh, oh, oh. Ich sehe Feuer. Ich sehe Feuer. Oh mein Gott. Gut, in diesem Sinne. Am Dienstag ist wieder Transport FIFA 2 angesagt. Und da freue ich mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Wir gucken mal kurz in die Wiederholung. Ach, hier bin ich vom Pfad abgekommen. Jetzt kommt mir es wieder. Ja, man muss ja immer rechts abbiegen und nicht links abbiegen. Menschenskinder. Da hätte ich doch gleich drauf kommen können hier. Hättet ihr mir ja mal sagen können. So, ja. Wunderschönes Auto. Einen schönen Tag noch. Und habt Spaß.